Giftiger See, weiter geht es zu der Himmelfahrt, ein Himmelfahrtskommando. Himmelfahrt, 3-7, da geht's nicht lang, da hat jeder jemand aus ausgeschüttet. Oh, die kenn ich. Wenn die kommen, das ist endlich mal ein Gefühl, normal zu sein. Da hinten ist eine schwebende Insel und da unten ich seh Kristalle. Das ist interessant, da ist ein geheimes Portal. Bonusetappe, besiege neun Gegner direkt zu Beginn. Äh, warte mal, warte mal, okay, ich hab ne Idee. Also ich darf nicht alle direkt machen, einmal so. Dann fangen wir hier an, weil ich komm da nicht mehr hoch, da oben. Die haben wir mal in der Reihenfolge so gemacht. Ja, das hat sowas von Deponia, find ich, die Insel, die da hinten tackert. Oh, da ist ein Lift. Das ist die Himmelfahrt. Hm, das hat was von Vario. Also Vario Land, also das gibt's auf jeden Fall auch hin und wieder, dieses Level. Ich muss jetzt nur drauf hoffen, dass wir nicht so eilig von ihm weggehen. Hin und wieder müssen wir absteigen. Hm, vorsichtig hier an diesen Knollendingern. Das Fiese ist natürlich auch, dass die Kamera sich mit bewegt. Also die wird uns irgendwann hier rausschieben, wenn wir Pech haben. Was gerade dann bedenklich ist, wenn wir hier abspringen müssen. Schwierig, da muss ich kurz absteigen. Da holen wir das hier und ich steig wieder auf. Den hier nehmen wir, bevor er ganz oben ist. Okay, er hält hier eh an. Checkpoint. Besichert. Mal sehen, ob's da, da unten geht's auch lang. Da ist das zweite Portal. Und da oben hab ich noch meine Lift gesehen. Bonus-Etappe. Sammle alle Kristalle. Das heißt, wir werden die ganze Zeit nur hier in der Lore unterwegs sein. Also ich geh wieder da zurück. Ich muss halt jetzt gegen den Strom ankämpfen, der hier eigentlich auf natürliche Weise wäre. Dann schaff ich das alles ein bisschen schneller. So, der schießt da immer noch herum, aber den lassen wir mal, weil der ist zu eng auf dem Raum. Dann gehen wir jetzt hier drauf. Okay, das wird... Ja, dann muss ich sehr eng an ihm vorbeispringen, hier in der Bewegung. Okay, wir fahren hoch. Das wird jetzt... Ja, die haben richtig Freude hier. Okay, das wird ein weiterer Absprung jetzt jedes Mal, aber wir haben's geschafft. Es war tatsächlich, es sah komplizierter aus, als es war, da bin ich kurz festgesteckt. Das ist nicht gut. Jetzt ist das Ding hier fast weg. Jetzt bin ich wieder drauf. Da ducke ich mich, dann holen wir das hier ab. Okay, die gucken recht grimmig. Ja, aber nur deswegen, weil sie hier nicht mitfahren dürfen, weil sie schweben können. Da wird er ein bisschen langsamer. Vorteil für mich, dann kann ich hier das Z holen. Der hält da an. Dann bohr ich gleich mal schnell unten durch und gleich weg da vor den Dingern. So, auf zur dritten... Ich geh mal davon aus, es wird der letzte Ritt sein. Uns fehlt jetzt auch nicht mehr viel für das Level und was willst du schon noch groß bringen eigentlich? Okay, da müssen wir mal schnell auf ihn drauf. Dann haben wir auch alle Buchstaben zusammen. Ja, mal sehen, die Lore ist unter mir. Wir folgen ihr. Moment. Gerade so ausgewichen. Dieser Gegenverkehr immer. Moment, da werde ich weggeschoben. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich sie einholen. Und Sprung rüber ins Portal. Klasse, haben wir geschafft. Level abgeschlossen. Kase. Haben wir geschafft. 120. Ich dachte ja eigentlich, wir hätten viel weniger mitgenommen. Aber das war ganz gut. Keinen Schaden genommen. Das waren sechs von sieben. Da ist immer noch was los hier. Schauen wir mal ins Album rein. Erstmal durchklicken, bis wir da sind. Da ist es. Oh nein, das ist ein ziemlich weitläufiger Kampf hier, angeführt von dem Magier. Ja, der Tiger kämpft, der Vogel kämpft und hier, was eigentlich noch fehlt, ist der Drache und so. Also die sind nicht mit dabei. Ja, schade. Sind nicht alle involviert gerade. Okay.